...bauen soll und dann versuchen wir mal... Machen wir. Alter, meine Stimme ist richtig aber... Ja, meins auch, ich bin richtig durch, ne? Also so richtig. Ah, wir müssen mal die Überschrift ändern, warte mal. Mhm. Arken-Mode mit... Sag mir mal, wenn wir ein Spiel finden, ne? Ja, mach ich. Du musst sowieso erstmal noch downloaden. Hä, was? Was musst du stunden? Ja, bei mir downloadst du gerade. Ah, echt? Okay. So, Arken-Mode mit Mendel und Leon. Allerdings, genau, Creep-Spreaden kannst du dann wie ein Weltmeister und ich versuch dann einfach... So, ich weiß nicht, ob die Leute auch spielen, hoff ich. Ja, stimmt, wir müssen auch ein Game finden. Über mir steht schon Suche. Ja, wir suchen. Oh, Game Ready! Junge! Es geht los, es geht los, Leute, es geht los, es geht los, es geht los. Erster Arken-Match dazwischen. Aber übrigens, wir haben auch schon voll das hohe MMR, weil das ist ja der Hodor-Account. Den hat Niklas ja auch schon benutzt, als wir zusammen gezockt haben. Bimon? 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 Ist das der Simon? Geil's auf. Und Jim Rising. Jim Rising kenn ich auch. Ich hoffe nicht. Ihr schreibt den mal, während ich Makro, es Protoss, wir spielen zwei Hedge, also drei Hedge-Fall-Pool, okay? Okay, wenn du meinst? Keine Ahnung, nein, sag was du spielen soll. Okay, ähm, du machst erstmal eine Drone, dann machst du Overlord, dann machst du Drone, Extractor-Trick, und bei 17 nimmst du die Hedge. Äh, ich hab grad nicht zugehört, was? Ist gut. Also eine Drone habe ich jetzt gebaut. Doch, du machst eine, eine, eine Drone, genau, jetzt machst du nichts in Overlord. Okay, Overlord, okay, alles klar. So, Overlord gleich. Ja. Dann machst du Drohne jetzt als nächstes. Drohne, okay. Ja. So, jetzt machst du gleich einen Extractor-Track. Mhm, doppelt oder einfach? Ungefähr, jetzt, jetzt, ein, ein, ein. Wo mit der Drone? No, Drone, canceln. Oh, das hast du jetzt gemacht. Okay, ja, alles klar. Genau. Ja, ich hab's ein bisschen. So, jetzt einfach durchdronen. Ein Drone noch, dann machen wir jetzt als nächstes die, äh, Hedge, unten. Ah, okay, bei, ich fahr dann gleich runter. Äh, warte. Ja, bei 170 oder so. Jetzt kannst du, jetzt kannst du runterfahren. Ja. Frag mal, ob es der richtige Beemon ist. Ach ne, Junge. Warum nicht? Das sind die Lüften? Wir spielen jetzt. Wir spielen jetzt. Ja, okay. So, Drone. Noch ein Drone. Da ist nichts Pool und dann Gas. Okay. Also du machst Pool, Drone, Gas. Drone. No, Drone. Da ist nichts Gas. Drone. Dann machst du bei 19 ein Overload. Mhm. Okay. Äh, meine Cam ist bei Skype gefreased, sehe ich gerade. Oh, warte mal, ich darf mal ganz kurz was. Ich muss einfach nur was aufmachen und ich bin schon wieder drin. Okay, müsste laufen. Genau. So, ähm, noch rein. Dann mach ich jetzt gleich ein Overload. Ach so. Ach so, ne. Ich hab schon einen gedrückt. So. Also, du solltest noch einen bauen, ne? Ne, 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 ne. Drohnen, drohnen, drohnen. Und dann direkt die Queens, oder? Ja. Ja, den Raper kannst du schon mal untersetzen. Ähm. So, da kommt unten eine Probe. So, Queens. Durch hier zwei, äh, ein... Durch schon. Durch ein, einmal Söckling, ein Söckling kannst du machen. Ja, hab ich gemacht. Gut, warte. Sind die. Mh, hm. Hab ich. So, vorhin ist ein Gate und ein Nexus schon. Mhm, und ich drück direkt bei 100 Gas, äh, Speed an, oder? Genau, dann kannst du die auch rausziehen erstmal. Läuft auch direkt. Rausziehen, okay. Machst du die mal raus. Okay, nice. Äh, einen Gas ist drin lassen. Okay, einen lass schon, okay. Äh, Overload, why? Ähm, kannst du bei 32 machen. Okay. Oh, das ist ein Jacket für mich, okay. Ja. Da, 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 da. Okay, Cybercore. Ähm, wann fangst du... Warte, Hedge, ich setze schon mal eine. Dritte. Okay, machst du das? Hm, hab ich schon. Okay. So, ich bin vorne mal drin und checken, was die haben. Bauen wir schon mal. So, wieviel Gas haben die? Die haben einen Gas, die haben zwei Gas, okay. Wieviel Linien müssen wir haben? Ähm, bauen wir mal so zehn Stück. Also nicht zehn Paare, sondern zehn insgesamt. Okay. Ich meine, ich führe die dritte von hier ein bisschen den ein. Wenn wir bauen wollen. Ähm, sind jetzt nur drei Paar erstmal geworden. Soll ich mal Doppel Gas unten nehmen jetzt? Habe ich schon, habe ich schon. Nice. So, oben kannst du jetzt auch zwei wieder ins Gas machen und zwei neue Drones für die Hedge angebeinen. Okay. Okay. Dann sollen wir auf... Vielleicht nichts passiert, dritte Hedge schon. Ja, okay. Und wollen wir dann mal gleich mal auf Leer gehen und... Leer? Genau, Leer, Leer, Leer Rochevorn und Double Evo. Genau, Leer. Rochevorn und Double Evo und die Drohennachbarn. Genau. Und unten schicken wir ins Gas, oder? Äh, genau. Okay, bin dran, ne? Checken, was die bauen. Okay, die bauen viele Gateways. Das heißt, du machst so acht Rounds an die dritte. Danach brauchst du nur Rochevorn, bitte. Okay. Oh, ist zu viel. Upgrades 1-1, also für Roches, ne? Genau, für Missile. Ja. Ja. Okay. Engage, maybe. So, genau. Das sind keine Drones erstmal. Du kannst noch mal ein Crypto mal vorne setzen. So. Genau. Speed Upgrade für Roches, mein ich schonmal. Hast du gemacht. Ja, genau. Und jetzt pumpest Roches, oder? Genau. In der Main nimmst du nochmal ein Gas. Weil wir brauchen... In der Main noch ein Gas, okay, alles klar. Ja. Ich transfer mal die übermäßigen Drones an die dritte. Ne, ne, ich hab schon welche gebaut für das Gas. Brauchst du nicht. Die werden... Ja, ne. Okay. Die Schlüpfen werden ja recht ins Gas gehen. Achso. Ja, ich mein unten an der Nische. Okay, alles klar. Okay, die haben ne dritte im Bau. Wollen wir trotzdem jetzt Roches durchdrücken? Ja, genau. Erstmal Roches. Okay. Und kannst jetzt auch ein paar Länge wieder machen. Länge? Ich hab überhaupt keine... Keine Mineralien. Äh, Jones mach ich nicht mit Länge. Sorry. Oh je. So. Okay. Ich fliege mal mit den Overseer von rein. Wir sind zu Playbler. Genau. Jetzt nochmal 2-3 Overlifts bauen. Mhm. Okay. Ich bauen Twilight Council. Glaubst du GTs oder Blink? Mh, Blink. Mh, Blink. Und noch Robo. Okay, die haben bisher recht wenig Units auch. Kannst mal... Okay, die dritte komplett drown. Wir nehmen auch schon mal ne Vierte als Makro-Hedge. Mhm. Mh. Und, äh, baust danach Roches und Länge durch, wenn die dritte komplett voll ist. Du, du hast jetzt schon Roches gebaut, das brauchen wir nicht. Jetzt haben wir ja momentan... ... brauchen wir so keinen Units. Wir sollen die dritte jetzt erstmal voll werden. Okay. Äh, auch Doppelgas an der dritten nehmen? Äh, ja. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir auch ne Fünfte Hedge. Ich geh auch direkt auf die nächsten Upgrades, wenn ich kann. Wir haben grad keinen Geld. Ja, mach das. Was willst du danach haben? An... Roches mit Länge erstmal. Ja, ich gewinn das Game grad schon. Okay. Okay. Ah. So, äh, der Main hat jetzt die vierte Jones, die Trance schweig mal weg. Hm, dann kannst du dann die vierte direkt ziehen. Oder hast du ne Fünfte sogar schon genommen? Ja. Ja, genau. Die haben wir jetzt mal Quatsch. So. Ich mach vorne weiter Druck. Du kannst ein paar Drones bauen für die Vierte. Okay. Also grad brauch ich keine Units mehr. Okay. Oh, wie schön, dass die Mühle so Gas unten bleiben. Das ist toll. Okay. Ja, wir sind gemaxed jetzt. Ich geh jetzt auch schon auf Hive. Ja. Oh. Schon vorbei. Ja. GG. Ja. Okay, ich hab nicht einmal einen Gegner gesehen, glaub ich. Aber okay. Ja, aber das war echt richtig super straight, äh, Makro. Also es war mega krass. Wir hatten echt überall sehr gute Saturation und so'n Shit. Und ich glaub wir waren nicht einmal, vielleicht einmal so ganz kurz Supply blockt. Bonjoy, ja frag mal. Ist das der Beemon? Ich frag mich grad auch. Schreib mal mit denen. Also, frag mal was. Du grüßt mir auch da. Frag mal, ob das der Simon ist. Oh krass, ey, wir haben gegen Simon gespielt. Wie geil ist das denn? Geil, ey. Sag ihm mal einen schönen Gruß vom Mäntel. Wie geil das im ersten Match, was wir wieder spielen, äh, Leon. Schon wieder direkt gegen Simon spielen, ey. Hey, Mäntelko. Nice. Und schön auf Stream, ey. Das ist mega cool. Ja, GG. Boah. Hey, na ey, wie krass sind wir, Leon? Sag mal ganz ehrlich. Wie können wir denn jedes Mal... Das ist richtig krass. Irgendwann, wir haben jetzt schon zweimal, haben wir zusammen 2v2 gespielt und schon das zweite Mal gegen Simon. Ja. Boah, 300 APM, wie sind Tiere. Volles Rohr, ey. Auch 100 Drohnen gebaut. So. Nice. Warte, muss ich mal grad mal raustappen. Ey. Eigentlich hätten wir davon einen Screenshot machen müssen und den posten müssen. Scheiße, aber haben wir es nicht gemacht. Ja, kann man ja mit dem Replay machen. Stimmt eigentlich. Genau, machen wir grad mal, äh, äh, laden wir das Replay und wir laden den, äh, machen den Ladescreen und stüttern das mal. Du, was willst du machen? Äh, Replay laden. Ja, und dann? Und dann ein Screenshot machen. Ach so. Ach was, äh, scheiß drauf, wir stüttern es einfach so. Ey. Äh, können wir schon mal suchen oder so. Ja, manchmal. So, einmal nehmen. Äh, warte an. Nice. Okay, wir go. Direkt gegen den alten Simon. Ja, wie krass, ey. Erstes Match und wir zocken direkt gegen Simon. Wie cool das ist. Aber mit wem hat er denn zusammengezockt? Das war doch einer aus dem Rocket Beans TV-Clan, oder? Wie hieß der? Jim Rising. Jim Rising. Ich glaube, das ist echt einer aus dem Clan. Ja, da muss ich mit irgendjemanden queuen zusammen. Mhm. Man kann ja nicht alleine mit der Atom. Naja, auf jeden Fall. Stimmt, morgen ist der, äh, Straight to Gold. Da wird Simon das bestimmt erst mal erzählt. Mhm. Ja, kann gut sein. Kann sein, dass wir ihn jetzt gleich wieder treffen, ne? Mhm. Ich glaube jetzt schon. Es ändert keinen Bock mehr.